Hallo Freunde, hier ist Ratsan schon mal der Verteidigablog, beziehungs gut, Sprungpsychologe und so weiter und so fort. Diesmal ein Videoblog, eigentlich rund um Dating, Beziehungen und Liebe, aber ab und zu mag ich ja auch mal ein Video so out of the box zu machen. Mich interessiert es eigentlich gar nicht so, aber jetzt interessiert es mich doch, weil man es so bald sieht, nämlich künstliche Intelligenz. Also hat es ja doch enorme Fortschritte gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr das mal getestet habt. Also ist ja schon interessant und ich habe, also für mich habe ich so festgestellt, ich bin ja eigentlich super interessiert an Technik so allgemein und habe mich selbst gewundert, warum mich das eigentlich so gar nicht interessiert. so. Und ist ja auch, weiß nicht, ob ihr Aktienmärkte verfolgt. Also alle Aktien, die irgendwie sagen, wir machen was mit künstlicher Intelligenz, gehen durch die Decke, völlig sinnbefreit. Und ja. Und was mir jetzt letzten Anschluss gegeben hat, das Video zu machen, das weiß ich nicht. Also selbst, sag ich mal in Anführungsstrichen, Kollegen, andere Content Creator sich da scheinbar so bedroht von fühlen, dass ich mir dachte, was ist denn da los? Also ja, wie gesagt, das ist total beeindruckend und Wahnsinn, wie schnell die Entwicklung vorangeht. Und sicherlich ja, das werden sicherlich, wird das Jobs ersetzen. Das ist natürlich, ja, unangenehm logischerweise für die Einzelnen. Andererseits, ja, haben wir vielleicht dann mehr Zeit, lustige Dinge zu machen. Das ist geiles Leben, weiß ich nicht. Und ja, da wird noch viel mehr kommen. Trotzdem verstehe ich, wollte einfach meine Gedanken sagen, weil ich verstehe nicht so richtig diese Sache, weil eine, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen spirituell mal wieder. Eins ist mir, also eins, vor allem bin ich völlig überzeugt, ohne dass ich das jetzt, ja, also ich bin davon überzeugt, dass wenn du, also es geht hauptsächlich momentan gerade so um Texte schreiben, Programmiergeschichten und also Programmiergeschichten ist es schon auch toll, wenn man das mit künstlicher Intelligenz macht. Aber es geht auch viel um Texte schreiben. Es gibt ja schon so News-Outlets, die, ja, alle, alle Journalisten rausschmeißen, einfach nur noch mit künstlicher Intelligenz Texte schreiben lassen. Und ich persönlich bin überzeugt, dass, wenn du persönlich einen Text schreibst, dass du den mit einer bestimmten Energie versiehst. Kann ich jetzt nicht belegen, ist mir auch völlig klar. Und dass es, glaube ich, eine ganz schlechte Idee ist, wenn du Leute erreichen möchtest mit einer bestimmten Message und lässt sie von AI schreiben, so, ne, weil dann ist sind es vielleicht Wörter, die sogar auf einer gewissen Ebene einen ähnlichen Sinn ergeben, aber du kannst nicht, Wörter können ja auch, also ich bin davon überzeugt, dass Wörter Energie transportieren können. Und wenn du Texte schreiben lässt, die sind nicht signiert mit deiner eigenen Energie, so, ne. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das was Gutes ist, ne. Also vielleicht kannst du dich irgendwo durchschulden bei einer Hausarbeit oder ich weiß nicht was, aber, äh, also ich kann, glaube ich, definitiv sagen, ich werde nie irgendwelche Texte mit AI schreiben, weil ich will ja bestimmte Energie transportieren und, ähm, das, das bekommst du nicht, nicht hin, wenn du das in den Computer schreiben lässt, so, ne. Ähm, ja, aber gut, was natürlich ist, es wird, ähm, ich frage mich mal, wie das zum Beispiel den Buchmarkt verändern wird, ähm, abgesehen davon, dass man wahrscheinlich irgendwelche Erklärungen unterschreiben muss, dass man das selber geschrieben hat oder, äh, kommen jetzt ganz viel Ramsch-Bücher auf den Markt. Also ich habe ja auch mal in meinem Bereich mal, einfach nur einmal ganz kurz geguckt, ein paar einfache Fragen gestellt, wo ich jetzt so Fachmann bin, äh, und fand die Antworten sehr generisch, wirklich wenig hilfreich, äh, also wie gesagt, bei so einer Google-Suche oder bei einer lexikalischen Geschichte macht das, äh, prima Sache sein, aber manchmal sind ja auch Sachen einfach komplett falsch, dann muss man es doch wieder checken. Also ich glaube trotzdem, das wird, äh, sicherlich große Umwälzungen führen und ich glaube, ähm, wir werden damit einen Umgang finden müssen, weil es sicherlich dann irgendwann auch eine sehr mächtige Technik sein wird. Ich glaube, man muss sich nicht so Sorgen machen, dass man als Mensch, äh, irgendwie ersetzt wird davon, so in letzter Konsequenz. Aber wir Menschen neigen natürlich dazu, auch wieder nur meine Meinung, uns ständig zu unterwerfen, irgendwelchen, äh, Dingen und Führern und ich weiß nicht was, also da haben wir ja echt, ähm, also sind wir ja echt unheimlich gut drin, irgendwie, leider. Und, äh, ich glaube, das ist sicherlich, aber ob das jetzt passieren wird oder nicht, weiß ich nicht, aber es wäre sicherlich wichtig, ähm, ja, damit einen Umgang mitzufinden, ohne sich da irgendwo klein zu machen und jetzt, oh Gott, die künstliche Intelligenz, das ist jetzt wie in irgendwelchen Filmen und jetzt diktiert die alles, also, nee, und, äh, aber gut, in letzter Konsequenz, äh, wenn man es jetzt mal hochspirituell sieht, ist so alles, alles, äh, universelle göttliche Energie, wir sind daraus gemacht, der Computer ist daraus gemacht, äh, die Wand ist daraus gemacht und auch, äh, künstliche Intelligenz ist auch daraus gemacht, so in letzter Konsequenz, ne, gehört alles dazu und es gibt ja jetzt so, ich hab, äh, mir vor ein paar Monaten mal so eine abgefahrene YouTube-Reihe angehört von so einem, äh, Physikprofessor und dass so die neuesten Sachen sind, dass auch, ähm, dass man das so auf kleinster, elementarer Ebene, äh, dass so der letzte Schrei ist, dass man Sachen eben nicht mehr so auf als, da ist jetzt ein Teilchen und da ist ein Teilchen, sondern dass man Sachen immer mehr runter bricht auf Information, dass man sagt, äh, also diese Quantenwelt ist eigentlich, äh, ist eigentlich wie so ein riesen Informationscomputer und es werden Informationen weitergegeben oder auch nicht weitergegeben und, äh, ja, und letzten Endes ist natürlich, ja, künstliche Intelligenz ist auch Informationsverarbeitungsmaschine, äh, die einfach bestimmte Regeln ableitet und, ähm, ja, das ist sicherlich sehr beeindruckend, wie ein Schachcomputer oder so, aber, und wird sicherlich ganz viel machen und, äh, ja, aber letzten Endes, äh, wie gesagt, muss man sich da, glaube ich, jetzt keine Angst vor haben und ich verstehe aber den Hype auch nicht so richtig, also ich persönlich rede lieber mit einem, mit einem echten Menschen in einer Warteschlange am Telefon meinetwegen als mit irgendeinem Computer oder, also ich kann diesen Hype, äh, überhaupt nicht verstehen, also, klar, wenn man jetzt nur random E-Mail habe ich noch nie gemacht, aber schreiben lässt von AI spart vielleicht Zeit ein, aber ich, ich, ich verstehe den Hype irgendwie nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, also, weil das ist, wir werden noch denkfauler werden, das sehe ich schon, noch denkfauler wie beim Navi, das so, das ist ja jetzt schon so, dass sich viele Leute gar nicht mehr so räumlich orientieren können, weil sie das nicht mehr üben müssen, weil sie immer ein Navi haben, also benutze ich auch so, ne, und da muss man echt aufpassen, glaube ich, dass man da nicht immer mehr verblödet, das ist, glaube ich, schon so eine Gefahr, aber ansonsten, also eine Messe, also eine Sache würde ich wirklich gerne sagen, lasst euch nicht wieder von einer neuen Kuh durchs Dorf treiben, dass wieder irgendwas ganz Schlimmes ist, also jetzt ist es, erst ist es, weiß ich nicht, Covid, dann ist es Klimakatastrophe, dann ist es, dann ist es jetzt AI, dann ist, also das ist ja noch gar nicht so richtig, dann ist es Wirtschaft, dann ist es Inflation, also vorher, früher, als ich jünger war, war es Waldsterben, Sauerregen, Ozonloch und, also meine Lebenserfahrung ist, dass es so letzten Endes sich die Sachen dann doch irgendwie lösen oder in Luft auflösen und das einfach keinen Sinn macht, ständig beunruhig durchs Leben zu gehen, also nutze es wirklich nicht dafür. Ja, mal, wie seht ihr das und wie sonst was hier? Untertitelung.com Untertitelung des ZDF, 2020